Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Metroid. Starten wir schön mit schlechter Laune in den Party. Ich war heute Morgen auf der Waage und ich hab die letzten 3-4 Tage ein bisschen mehr gegessen und ein bisschen weniger auf dem Crosstrainer gewesen und ich hab einen traurigen Höchstwert erreicht. Also, oh Mann, ey. Eieieiei. Ich muss abnehmen, ey. Ich muss abnehmen. Nach dieser Aufnahmesession werde ich erstmal auf den Crosstrainer gehen. Ich hab einen traurigen Höchstwert erreicht. Eieieieiei. Rechts steht jetzt 0,6, sage ich. Die Zahl sage ich nicht. Das wäre mir so unangenehm. Aber die linke Zahl, da ist irgendeine Zahl. Zwischen sagen wir 4 und 9. Das ist einfach mal eine gute Bezeichnung. Das kann alles sein. Also links ist die Zahl zwischen 4 und 9. Dann kommt 0 und dann 0,6. Und vor ein paar Tagen war das noch 9,2. Und jetzt steht da 0,6. Das ist unschön. Aber sonst. Wir spielen Super Metroid mit schön schlechter Laune. Das ist... Meine Let's Plays sind immer schlecht gelaunt. Das ist ja mein Markenzeichen. Let's Plays mit schlechter Laune. Wow, das hab ich ohne Dings geschafft. Alter, muss ich das Geräusch machen, sonst klappt das nicht. Hü, hü, hü. Ne. Hü. Nochmal. Hü, hü, hü. Es klappt nur mit dem Geräusch, anders krieg ich es nicht hin. Hü, hü, hü. Ich krieg dann ohne das Geräusch nicht hin. Hü, hü, hü. Nochmal. Hü, hü. Ne. Hü, hü, hü. Boah, dann kann ich ja aufstehen. Ja. Hü, hü, hü. Nochmal. Hü, hü, hü. Hallo. Hü, hü, hü. Ich krieg das wirklich immer nur mit den Geräuschen. Also. Hü, hü, hü. Ja. Kann man sich wieder BÄM aufmachen? Geh da mal weg, du Dänder. Geh weg. Ja. Wow, ich bin rausgekommen. Ja, jetzt haben wir Powerbomben. Jetzt kommen wir an ein paar mehr Items und so ran. Das werden wir natürlich nützen. Oh, ich muss auf den Cross-Trainer nach diesem Part. Aua. Aua. Ich bin so fett. Was soll's? Anderes Thema jetzt. Äh. Unschön. Nicht unschön, sondern unschön. Ja. Ich könnte hier unten aufmachen, aber... Das wäre ja Bombenverschwendung. Und ich hab nicht so viele. Hü, hü, hü. Das wäre einfach nur Bombenverschwendung. Warum soll ich das machen? Hü, hü, hü. Hü, 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 hü. Das wäre einfach nur Verschwendung jetzt hier. Ich hab nicht so viele Powerbomben. Ich hab ja nur drei Stück. Und die werden wir an vielen Stellen noch brauchen. Also, mache ich jetzt nicht. Ja, toll. Aaaaaaah. Aaaaaaah. Speichern. Warte. So. Können wir aufmachen, naja? Die D-Agen-Rub ist kaputt, wenn man drauf geht. Zack. Zack. An mir links, ne? Ah, dann bin ich blöd. Das ist rechts. Warum sag ich links? Da brauche ich den Wavebeam. Den Wavebeam. Ich weiß, ob man den Wavebeam bekommt. Hallo. Au. Aber jetzt muss ich schon wieder so machen. Ich hasse das, ey. Ich hab mir gar nicht klar. Überhaupt nicht hab ich damit klar. Ah. Ah, Leute. Komm, damit nicht klar. Die sind im Luft. In der Luft zum Ball machen. Das ist ganz schwer für mich. Und dann irgendwo so eine kleine Öffnung. So, hier hoch. Ich hätte würde gerne hier hoch. Und dann kommt eins. Hä? Ja. Es gab immer nur mit den Geräuschen. Anders krieg ich es nicht hin. Hier, komm, Mensch. Mach auf. Boah. Mach doch auf, Mensch. Äh. Mach doch auf, das Ding. Boah. Ich tue... Mach doch da oben auf. Dann komm ich doch hoch, ne? Ja. Okay. Au. Ist hier irgendwas? Ich ne, ne? Ach, hier war ich noch gar nicht. Au. Was ist denn hier? Mhm. Hier geht's nach... ...bisschen Abkürzung oder so. Marini, aber da guck ich eh noch nicht weiter, ne? Ja. Ah. Boah. Da war ich angegriffen. Wieder zurück. Ich wollte mir jetzt eh die... ...die... ...den Shine Spark hier holen. Da müssen wir mal die Map abkraten. Es gibt so viele Orte dann, wo wir Shine Spark und, ähm... ...Powerbomb machen können, wo wir Sachen einsammeln können. Da müssen wir echt viel abgrasen, weil... ...wir haben ja auch... ...wir brauchen auch dringend mehr Munition. Wir haben momentan sehr wenig Munition. Deswegen brauchen wir die Sachen. Hä? Da kommen wir nicht hoch. Da war ich aber schon mal. Wie das denn? Mein Jahr, Zeitlüppe. Kann ich da rein? Ey je. Aber auf der Map müssen wir noch ganz viel abgrasen. Da gibt es nur so viele Orte. Kann man überhaupt rein? Hä? Geht das überhaupt? Oder bin ich doof? Ich drück mal rechts. Vielleicht kann man da gar nicht rein. Hä? Geht das überhaupt? Da... Kann ich hier an der rechten Seite einen Wall Jump machen? Nee, nee, das geht. Wir haben das gerade so gemacht, dass es nicht geht. Was soll's? Gehen wir einen anderen Weg. Gehen wir halt einen anderen Weg. Stehen ja mehrere Sachen da auf. Oh Mann, ey. Gehen wir halt hier nach links. Ei, 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 ei. Komm, wir sind in Heilung. Sieht übel aus, ne? Ah, hier brauchen wir eine Powerbombe. Sieht man. Dankeschön. Warum klappt das eigentlich immer nur mit den Geräuschen? Hier ist nichts. Sieht wirklich nichts. Wissen verdächtig aus, aber... Sieht wohl nur so aus. Ja, sieht nur so aus. Au. Ach, Mann. Es geht auch weg in die Dumpfia. Aie. Au, 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 au. Au, au, au. Au, au, au. Au, au, au. Au, au. Hier können wir nur mit, ähm, Schein-Spark auch machen. Jupp. Aber ich möchte auf jeden Fall Secrets finden. Das wäre wichtig. Einfach stehen und ballern. So war das, ne? Hä? Übers Raketen ballern. Ja, ne? Hey, wie waren das? Riecht das die nicht? Nee. Ja, schön sammeln. Langsam, vielleicht nicht. Langsam wird es was. Das rückt gar nicht, ah. Oh, der spuck ich auf einmal. Mann. Los, füllt mich auf, ihr dumm Fücher. Ah. Wir haben's gleich. Langsam füllen wir uns auf. Ja, spannend, ne, ich weiß. Es tut mir leid. So, gleich müssen wir, wir haben noch drei. Wir brauchen endlich mehr Raketen und so Sachen. Wir müssen mal endlich auf der Map ein bisschen suchen gehen. Einfach auf der Map ein bisschen umgucken. Das ist eine Supermisse. Schön, etwas umgucken. Ja. Powerbombe. Das ist eine Supermisse. Noch eine. Wir können so wenig Sachen tragen, das müssen wir mal ändern. Wir müssen alle Secrets und so, alle Bombenverstecke und so holen. Alle Raketenpacks. So, es reicht erst mal. Hallö. So. Gern sie uns bald wieder. So, ja, hier brauchen wir eine Powerbombe. Powerbombe. Noch eine Powerbombe. Eieiei. Ja, verlangen die aber was. Okay. Da rechts geht's nicht weiter. Boah, noch eine Powerbombe. Gehen wir aber erst mal rechts lang. Aber hier bekommen wir was Tolles. Hab ich zumindest. Ich hoffe, wir können es erreichen. Sag mir, dass wir dann Krepp hier oder so brauchen. Nicht. Das ist ja ein Droh. Nein, aber der Powerb... Nee, da rasch nur die zurecht. Die Powerbombe brauch ich. Nein, die Powerbombe. Jetzt droppt er was anderes. Ey, Arschloch. Ja, toll. Nee. Hier wäre nämlich der... Die Speedbooster. Aber da kommen wir doch nicht hin. Wir brauchen den Grappelbeam. Ah. Ja, toll. Ja, und das sind erst mal Grappelbeam. Und so holen. Ja, und ein paar Sachen farben. Warum nicht? Einfach mal ein bisschen Energietanks farben. Wir müssen Energietanks suchen. Wir müssen so viel suchen. Wir brauchen auch dringend Energietanks. So viel... Und... Ah. Powerbomben. Raketen. Supermissile. Das müssen wir alles jetzt suchen. Wir haben jetzt so viele Möglichkeiten, geheime Sachen zu öffnen. Oh, Mann. Zack. Au. Ey, muss das sein? Was mache ich denn da gerade? Wo bin ich denn jetzt? Ja, ich bin wieder hier. Ich weiß nicht wie, aber ich bin wieder hier. Ich bin wieder hier. Ah. Mann, ey. Das regt mich gerade auf. Ich glaube, ich brauche den Eisblieben gleich wieder. Nein. 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 Das kannst du gleich vergessen. Da habe ich wieder einen alten Seltzettglanz. Zum Glück habe ich die Rückspufung gesammelt. Das wäre ich ziemlich dran. So. So. Ähm. Mann. Ja. Weg. Weg. Okay. Ey, vorsichtig. So. Ich bräuchte mehr Heilung, wäre ich zu sagen. Nein, 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 nein. Das kommt ja auch eh nicht dran, wenn der mir jetzt Heilung gibt. Hallo. Hallo. Stirbt er davon nicht? Nein. Gemein. Ich bin mal rein. Nein, 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 nein. Ich mache mal ein Tester. Übel. Übel, übel. Mann, ey. Hallo. Okay. Ja, ein Raketenpark. Wie kann man den Jingle nicht lieben, ey? Wer den Jingle nicht liebt, das ist nicht so wie der Illusion of Time. Der wieder in der Ewigkeit. Nee, wir haben noch mit der Illusion of Time. Der ist lame und unepisch. Aber der hier ist episch. Illusion of Time, ich weiß noch mal. Der Super Metroid Jingle ist einer der epischen, die es gibt. Aber ich finde den epischer als den Zelda sogar. Den Zelda mag ich, wenn ich so nicht so. Aber ich finde, der ist so episch. Ich liebe den. Dann habe ich auch gleich aus Menschen, die gesagt haben, oh, ich will den skippen, weil ich den. Deswegen, das ist ein Jingle, den ich wirklich nie skippen will. Weil ich den Jingle wirklich liebe. So. Nein. Wo ist denn eigentlich die Öffnung da hinten? Ich weiß gar nicht mehr, welcher Block das war. Warte, ich erzähl's jetzt. Nein! Nein! Ja, da. Okay. Ich hab's gefunden. Da muss ich rein. Nein! Ich wechse mal. Sicher, sicher. Ja, bitte. Gucken wir. Mann! 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 Hey! Ich hab uns selbst nicht gemacht. Ich hab doch, ich hab doch selbst nicht geklappt, nicht doch? Ich bin drin. So. Ridley! Nee, das ist nur der Ausgang zu Ridley. Macht euch keine Hoffnung. Macht euch keine Hoffnung. Das ist nur der Ausgang. Nee, da können wir da eigentlich auch gar nichts machen jetzt, ne? Ist ja eh nur der Ausgang von Ridley. Wer Ridley besiegt hat, kommt man da raus. Mann! Bleib doch einfach jetzt rüber. Mann! Was ist denn das? So. Ah! Nein! Nein! Ja, wenn wir Ridley besiegt haben, kommen wir raus. Ich würde sagen, ich beende hier mal den Patschel bei Ridley. hallガele. Nichts Remember. Ja! An warsuş Mediterании.